Hallo! Ja, lass mal nach Süden fahren und dann nach Hebetrop rein oder so. Lass mal nach Süden fahren und dann nach den Hälften unten, weil oben ist das ganze Team. Ja, du fährst dann oben, warum? Ja. Den Stickhau, den hat er gerade mitgemacht. Alright, wir müssen nach dem Captain zurücknehmen. Oh shit, der ist tot in den Rennrein. Der Teig ist gestorben. Jetzt fahren wir uns, ist der? Anhalten, anhalten. Irgendwo. Ja. Nein, nein, nein. Eie, hier sind zwei Crumbles. Wir fahren mit dem Verbund. Wir fahren nach rechts. Gib Gas, gib Gas. Direkt vor uns. Schiffen vor, die ist fertig, ist offen. Wir sind nach 11 Uhr. Ja, fahr durch. Fahr rechts hier die Straße lang. Ja, lass abhauen hier. Genau. Fahr rechts um den Himmel rum, aber da geht man nach Gas. Zieh einfach durch. Sehr einfach durch. Oh, vor uns, Firefly oder sowas. Kannst du wirken? Ja. In den Boden hin. Ah. So. Geil. Genau, lass dich durch Zeit. So. Schieße. Nix. Und wir haben die Crumbles entnahmen. Warte, nix. Warte, nix. Warte, nix. Warte, nix. Schieße kaputt. Und er dreht. Scheiße. Wir leben noch. Warte, ich stehe da. Ach, ich war gerade am Reparieren. Schade. Warum hast du denn jetzt nicht platt gekriegt? Och, du hast es auch gesetzt. Ja. Aller. Ja.